Societat General Recambi Europa Societat General Recambi Europa produziert und vertreibt Ersatzteile für Motorräder. Unsere größte Herausforderung war die Überwindung der durch die Größe unserer Bauteile gegebenen physischen Grenzen sowie eine bessere Produktivität unseres Lagers. Die Modula-Lagerschränke sind die Lösung einer Reihe von Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben. Unsere Erwartungen waren Flächeneinsparung und eine drastische Erhöhung der Auftragsbereitstellung. Wir haben ein zweifaches Ergebnis erzielt. Unsere Kommissionierung läuft nun wesentlich schneller ab und wir haben in unserem Lager nun mehr Raum, um unser Sortiment zu erweitern. Ich verwende den Modula-Lagerschrank seit vier Monaten und mein Picking-System hat sich radikal verändert. Vorher verbrachte ich unendlich viel Zeit damit herumzulaufen und das Material in den Regalen zu suchen. Jetzt habe ich alles zur Hand und ich habe auch das Gewichtproblem im Griff. Überrascht hat uns die Geschwindigkeit der Maschinen, die wirklich schnell sind. Alles ist übersichtlich auf einem Bildschirm dargestellt und ich kann meinen Arbeitsablauf problemlos überwachen. Das ist das Hauptmenü des Bedienerpultes Co-Pilot. Hier habe ich die gewünschte Entnahmemenge, den Kunden, für den ich diese entnehmen muss und das hier ist die Ladebucht, in die der Auftrag des Kunden einläuft. Ich muss dann zwei Stück meiner Artikel zur Ladebucht 4 tragen. Die LED-Schranke ist mit dem Co-Pilot verschaltet und zeigt mir genau an, wo die Artikel in dem Tray liegen. Hier ist mein gesuchter Artikel, die Nummer 17 8908, der genau in der Mitte des Pfeils ist. Sagen wir doch einfach, dass wir alle sehr zufrieden sind.